Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Damit schönes Haar schön bleibt, muss man es richtig pflegen. Für das gibt es Beldam Coiffeur, die komplette Pflegelinie für Haar und Kopfhut. Die Haarpflege mit Beldam Coiffeur ist darum so mild, weil alle Produkte alkoholfrei sind. Dank dem natürlichen pH-Wert werden Kopfhut und Haar nicht ausgelauget und bleiben geschmeidig. Bei der Herstellung legt Gobe grossen Wert darauf, dass möglichst natürliche und vor allem sorgfältig prüfte und testete Rohstoffe verwendet werden. Die Beldam Coiffeur-Pflegelinie wird laufend den neuen Modetrends angepasst und mit neuen Produkten ergänzt. Zum Beispiel mit der Beldam Coiffeur-Schaumtönung, wo sie sechs Farbnuancen gibt. Sie ist problemlos und sicher anzuwenden und pflegt und verschönert ihr Haar. Und jetzt wird es besonders interessant für alle Hobby- und Profi-Handwerker. In Dübendorf wird nämlich morgen weiter das Gobe-Bau-Center eröffnet. In zwölf Einkaufsstrassen erreichen Sie bequem über 40'000 Artikel für Haus und Garten. Benutzen Sie also das nächste Wochenende für einen Besuch im neuen Gobe-Bau-Center in Dübendorf oder in einem anderen Gobe-Bau-Center in Egerkinge oder im friburgischen Matran. Und jetzt achten Sie bitte noch auf die Aktionen. Bis am nächsten Zistag gibt es bei Gobe Inkarom im Nachfüllbüttel statt 9,30 nur 7,50. Zwei Dosen Midi-Ravioli à la Napoletana statt 5,40 jetzt nur 4,20. Tiggerschmelzkässcheibe für Toast oder Sandwich statt 1,80 nur 1,50. M. Bündner Doppelsalsitz Grisoni nur 2,95. Ein Liter Coca-Cola statt 1,25 jetzt nur 90 Rappen. Vorzugsbutter 100 Gramm statt 1,70 nur 1,45. Und 200 Gramm statt 3,25 jetzt nur 2,85. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag? Zweieinhalb Kilo inländische Williams-Biere für nur 3,75. Modische Damen-Freizeitbekleidung, z.B. die Jacken aus 100% Baumwolle für nur 189 Franken. Die Karobluse für 89 Franken und die Jeans für 79. Auf Wiedersehen miteinander.